Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 30. Juni Da aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten feil war, sprach er zu seinen Söhnen. Was seht ihr euch nun lange um? 1. Mose 42, Vers 1 Was seht ihr euch lange um? Wie recht hatte der alte Vater Jakob, der Hunger regierte, und in Ägypten konnte man Brot kaufen. Da gab es doch nur eins, hin! Hin nach Ägypten und Brot holen. Was seht ihr euch lange um? Muss man das nicht auch uns zu rufen? In der ganzen Welt gibt es nichts, wovon unsere Seele satt wird. Wir können die Welt durchreisen. Wir können die aufregendsten Vergnügen suchen. Wir können uns in nützliche und aufreibende Arbeit stürzen. Alles das stillt nicht den Hunger unserer Seele. Im 107. Psalm heißt es, Da ist auch der Mensch von heute geschildert. Das sind wir. Und nun geht eine Botschaft durchs Land. Eine wunderbare Botschaft. Es gibt Brot, von dem unsere Seele leben kann. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Das ist die Botschaft. Und wenn wir das Wort Jesu weiterlesen, hören wir, wie er von seinem Tod am Kreuz und von seinem für uns vergossenen Blut spricht. Ein Heiland, der für uns in den Tod ging und unsere dunkle Lebensgeschichte in Ordnung bringt, durch die Vergebung der Sünden. Ja, der ist Brot für die Seele. Aber da muss man nun auch auffordern. Was seht ihr euch lange um? Nun kann es doch nur eins geben. Hin zu Jesus, der von den Toten auferstanden ist und erlebt und unsere Seele sättigt mit ewigen Leben. Herr, vergib unser Zögern. Du allein kannst geben Friede, Freude und Leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich. Vielen Dank.